Ich habe nun eine Vorstellung, wie diese Folie Merkmale aussehen soll. Ich möchte zum einen ein Bild einer Tiger-Silhouette, wo ich die Größenangaben machen kann mit Pfeilen, die erscheinen animiert, plus ein schönes Foto von einem Tiger einfügen. Also muss ich diese Bilder zuerst einmal bei Google unter Bilder suchen gehen. Ich glaube, diese Silhouette ist schon geeignet. Ich speichere sie in diese Größe, denn Größe lässt nur meine Präsentation anwachsen. Das möchte ich verhindern. Und dann wähle ich noch die. Dieses Bild aus, weil sie sich ebenfalls in diesem Ordner speichern. Ich füge nun diese Bilder in diese Folie ein. Wenn ich Einfügen, Grafik, diese Silhouette. Ich habe jetzt da eine lästige, weiße Farbe, die die Tiger umgibt. Das sieht nicht schön aus. Wenn ich eine einheitliche Farbe habe, die ich wegbekommen möchte, so kann ich im Kontextmenü, wenn ich das Bild anklicke, Kontextmenü, rechtsaußen, Bildtools, das einfärben, das zwar ganz unten, kann ich eine transparente Farbe bestimmen. Diese soll weiß sein und schon ist diese weiße Farbe weg. Dann brauche ich noch ein weiteres Bild, das ich einfügen möchte. Denn auch da das gleiche Problem. Erstens einmal, diese Farbe möchte ich wegbekommen. Zweitens ist das Bild zu groß. Drittens ist die Orientierung falsch. Also werde ich das nicht vertikal, sondern horizontal kippen und den Tiger von rechts nach links erscheinen lassen. Was brauche ich sonst noch? Ich möchte Pfeile hineinzeichnen. Pfeile, die mir zeigen, welche Masse ich jetzt da gerade angebe. Dazu gehe ich zum Menü Einfügen. Ich kann auch meinen Start, ich habe diesen Pfeil auch hier. Und das war ein Doppelpfeil. Von hier nach hier. Ich formatiere diesen Pfeil. Er ist aktiv, die Aktivpunkte sind ersichtlich. Dieser Pfeil heißt eigentlich nicht Pfeil, sondern es ist eine Form. Die Formkontur, die möchte ich auffallend rot. Und die Stärke, die soll viel, viel dicker sein, damit man diesen Pfeil auch wirklich von weit her erkennen kann. Jetzt mache ich folgendes. Jetzt animiere ich diese Präsentation, diese Objekte. Ich habe ein, zwei, drei Objekte. Diese Tiger-Silhouette soll als erstes erscheinen durch Klick. Ich blende wieder den Animationsbereich ein. Durch Doppelklick kann ich angeben, wie schnell das passieren soll. Und als nächstes soll durch Klick der Pfeil erscheinen. Das soll er sich teilen. Auch da kann ich angeben, von wie. Vertikal austeilen. Jetzt, weil ich noch einen zweiten Pfeil brauche, markiere ich diesen Pfeil. Ich klicke diesen Pfeil an und die Punkte sind aktiv. Ich drücke die Tastenkombination, Ctrl-C, Ctrl-V. Und wenn man jetzt rechts außen guckt, was passiert. Es ist nicht nur, es sind nicht nur alle Objekteigenschaften kopiert worden, wie die Farbe und die Strichdicke, sondern eben auch diese Animationseinstellung. So kann man sich eine Menge Arbeit ersparen, wenn man eben etwas vorausplant. Jetzt muss ich dann da eben nicht sagen, vertikal aus, sondern horizontal aus, damit das wieder Sinn ergibt. Dieser Tiger soll hineinfliegen. Natürlich nicht von unten, sondern etwas langsamer von rechts her. Ich zeige mal, wie diese Präsentation oder diese Folie an dieser Stelle aussieht. Also ich bin bei der Folie 3. Ich starte von hier weg die Bildschirmpräsentation. Ich habe nichts auf der Folie. Wenn ich klicke, kommt die Silhouette. Ich kann dann dem Publikum erzählen, wie lang die Rumpflänge ist des Tigers und wie groß die Widerrisshöhe ist vom Tiger. Plus kann ich dann zu diesem Foto noch Dinge erzählen zu der Feldzeichnung und so weiter. Mit ESC verlasse ich wieder diese Präsentation. Und ich könnte jetzt da noch etwas weiteres einfügen. Zum Beispiel das, was ich dem Publikum erzähle, kann ich auch noch als Text erscheinen lassen. Warum nicht auch hier in einer roten Schrift nicht vergessen. Wir haben Andy als Schrift gewählt. Und auch diesen Textbaustein kann ich jetzt auch unter so animiert werden, beim Klicken. Und weil ich noch einen zweiten brauche, kann ich den auch wieder mit Ctrl-C, Ctrl-V kopieren und einführen. So sieht das dann aus. Jetzt dient die Reihenfolge natürlich nicht. Nach dem ersten Pfeil, das ist dieser hier, wenn ich den anklicke, erscheint da die Nummer orange hier in der Liste. Und als nächstes sollte Nummer 5 kommen. Also verschiebe ich diese Nummer 5 nach oben. Die Nummer 6 sollte nach der Nummer 4 kommen. Und jetzt sollte alles schön stimmen. Und der Ball.